Du bist zu alt für so eine Karre, Gringo. Alles klar. Ziehen wir es durch. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Entziehe ich Ihnen hier mit Ihren Führerschein, bis Sie diesem Gericht beweisen können, dass Sie fahrtüchtig sind. Machen Sie die Tür auf. Machen Sie die... Geht es Ihnen gut? Ich hole mir nur ein Bier. Ich werde nächste Woche die Prüfung machen und sie mit Bravour bestehen. Wow. Konservierungsmittel? Calciumfost? Ist das wirklich Ihr Ernst? Du siehst für mich nicht so aus wie jemand, der den Bus nimmt. Die Richterin hat sie mir weggenommen. Raus jetzt. Ich will dir etwas zeigen. Ich warte im Auto. Wow. Steig ein. Aber ich würde es immer wieder tun, weißt du? Ja, Schlag ein. Was ist los? Du hängst mit diesem Mr. Künstler herum. Ich kann das im Moment nicht gebrauchen. Es geht nicht darum, dass Sie Ihren Führerschein zurückbekommen. Es geht hier darum, Ihre Lizenz zum Leben. Was machst du da? Mir ist mein Portemonnaie rausgekommen. Was zum Teufel ist los mit dir? Er ist mit meiner Freundin zusammen. Das ist los. Ich will zusammen sein mit Carole. Und wie willst du das machen? Peinlich. 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 Jetzt willst du mich untersachen. Das ist mein Auto. Ich war ein Idiot. Und wieder. Nur noch einmal. Was für Pillen nimmst du denn? Ich habe nichts genommen. Blau.